Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem 16. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 119 oder eben 1119. Genau, die heutigen Themen sind Carpool, Karaoke, Oppo, Echo, Shareplay, Fritz OS, Tesla, RM und YouTube. Und ja, ich bin wieder zurück, noch nicht wirklich fit, Kopf halt und alles drumherum, aber ja, bin wieder da. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Thema. Carpool, Karaoke, die charismatische TV-Sendung, die ehemals aus der Late-Night-Show von James Corden entstanden ist und im Jahre 2016 von Apple aufgekauft wurde und dann über Apple Music oder dem Brand Apple Music, dem Dienst Apple Music gelaufen ist, der wird jetzt ausgegliedert. Und zwar nicht ganz weg, es bleibt bei Apple, aber es geht in die Apple TV-App. Macht ja irgendwie auch Sinn, würde ich doch sagen. Bei uns in der Schweiz ist es zumindest noch nicht in der TV-App drin. In den Staaten zum Beispiel finden man sie schon da drin. Was erfreulich ist für die Fans dieses Formats, die neue, fünfte Staffel soll bald anlaufen. Da freuen wir uns doch drauf. Dann gibt es weitere Neuigkeiten bei Apple, nämlich zu den Apple-Karten. Etwas, was bis jetzt nur in den Staaten verfügbar ist, oder besser gesagt war, ist jetzt auch in Deutschland möglich. Ob es auch in der Schweiz möglich ist, am Samstag, wo wir mit dem Auto unterwegs waren, hatte ich zumindest nichts gesehen. Ich hoffe mal, das zieht nächstens auch bei uns ein. Man kann nämlich jetzt, wenn man mit Apple Maps sich navigiert, von A nach B, ganz einfach eine Staumeldung oder eine Gefahrenmeldung abgeben, wenn dann da was ist. Wenn genügend Leute solche Dinge absetzen und oder andere Bewegungsmuster wahrscheinlich in die Richtung gegeben sind, dann wird das auch in der Apple-Karten-App angezeigt. Weiter geht es mit Oppo und da geht man ein bisschen auf die wahrscheinlich ersten Meldungen in Richtung, dass Oppo eher teurere Smartphones verkauft. Man möchte sich ja da im Premium-Segment angliedern. Da spreche ich jetzt nicht von den A-Geräten, sondern eher von den grösseren Geräten. In Deutschland zumindest gibt es zum einen bei Amazon, aber auch bei Mediamarkt und Saktoren und Experten etc. schon die ersten Meldungen, dass bis zum 28.11. zumindest vorzeitig oder kurzzeitig gewisse Preise oder Preise von gewissen Produkten bis zu 25% runtergedreht wurden. Ich glaube, das ist halt einfach auch ein bisschen ein Marketing-Ding, um vor Weihnachten noch ein bisschen was zu reissen und da ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen. Zumindest zahlen die letzten Zahlen, die Oppo hat verkünden können oder generell Zahlen zum Smartphone-Markt der Entwicklung in dem Bereich sehr gut ausgeschaut. Oppo hat je nachdem, welchen Bereich man es angeschaut hat, 2, 3 oder sogar 400% mehr umgesetzt als im letzten Jahr. Ich muss aber auch dazu sagen, Oppo ist auf dem Gebiet noch sehr neu. Deshalb sind die Zahlen aktuell auch so gross, würde ich doch behaupten. Dann hat Amazon auch etwas ausgerollt, was sie schon länger versprochen haben, nämlich Motion Detection. Zumindest in den USA ist es jetzt möglich mit Echo-Lautsprechern, dank, wie heisst dieses Ding nochmals, was man mit schwangeren Frauen macht? Ultraschall, genau. Dank Ultraschall den Raum abtastet und sieht, ob da Personen drin sind. Wenn ja, dann können gewisse Dinge abgefeuert werden. Das ist im Bereich Smartphone wahrscheinlich nicht unbedingt der verkehrte Weg, um Bewegungsmelder umgehen zu können oder nicht auf ein zusätzliches Gerät setzen zu müssen für Bewegungsmelder. Da man in den letzten 40 Jahren, seit es diese Ultraschallgeschichten gibt, eben im Bereich des Medizinischen, muss man immer dazu sagen, so wie es bei Schwangerschaften eingesetzt wird. Keine Schädigung beim weiblichen, also bei der Mutter, aber auch beim Kind gegeben ist, könnte man davon ausgehen, dass hier es auch nicht ist. Für mich ist es irgendwie sehr creepy. Ich mag meine Bewegungsmelder und ich glaube, ich bleibe auch noch bei denen. Bei meinen Google-Nesthub-Dingens, dass das eigentlich auch könnte, um meinen Schlaf zu detektieren, da habe ich das deaktiviert. Ne, keine Angst, das Teil habe ich nicht in meinem Bett, also im Schlafzimmer. Ne, da so nah geht Google nicht an mich ran. Das wisst ihr ja, ihr kennt mich ja. Spotify ist einer der ersten Dienste, die bekannt gegeben haben, dass sie das neu aktivierte, unter 15.1 bei iPadOS und iOS gestartete SharePlay von Apple unterstützen werden. Anrufer, die über FaceTime mit jemandem telefonieren, Videotelefonieren, können jetzt gemeinsam Musik hören. Beide müssen die App installiert haben und dann kann die eine Person den Song oder eine Playlist starten, eine Gruppensession starten und dann können alle teilnehmenden Personen die Musik hören. Wenn gesprochen wird, wird die Musik runtergedreht, wenn nicht gesprochen wird, wird sie hochgedreht. Das funktioniert übrigens und da kommt die Krux in der ganzen Geschichte, nur wenn alles Spotify Premium Besetzer sind, also Abonnenten dieses schwedischen Musik-Streaming-Dienstes. Weiter geht es mit Fritz OS 7.3.0. Wer meint, dass das ein grösseres Update ist, weil eine .0-Geschichte, so ist es nicht. Es gibt ein nächstes kleines Update, unter anderem zuerst jetzt mal für die Fritzbox 3490. Und da sind nur ein paar kleinere Dinge mit drin, wen es aber betrifft, sicherlich nicht ganz unverkehrt. Zum einen ist die Kompatibilität zu Mac OS 12.0, also Monterey, die verbessert wurde und auch im Bereich mit älteren Druckern, Scannern etc. Im USB-Port wurde da ein bisschen was verbessert. FTP-Zugänge wurden ein bisschen hochgeschraubt oder besser auch verbessert und auch sonst noch zwei, drei Kleinigkeiten. Wer aber solch eine Fritzbox hat, sollte sich das Update auf jeden Fall drauf tun. Nun, abgedatet hat auch der liebe Herr Musk und zwar hat er zwei Firmen von sich zusammengebracht. Die Tesla Supercharger, immer wieder mal ein Thema hier im Podcast und auch bei unserem Mutterformat, dem Geek Talk News. Da hat man eben Starlink mit den Supercharger gekreuzt. Auf Supercharger werden Starlink-Satelliten aufgebaut, womit dann eben da ein kleines WLAN zur Verfügung gestellt werden kann. Tesla, also besser gesagt, Elon Musk hat ja gesagt, dass die Tesla-Nutzer, die da sich auftanken, gratis WLAN bekommen. Ich gehe da mal schwer davon aus, wenn es dann wirklich zu einer Öffnung kommt, was aktuell getestet wird, dass dann da andere vielleicht auch ein bisschen was zu bezahlen dürfen. Also somit bekommen da Tesla-Fahrer noch ein Zückerchen mehr. Ich finde das wirklich spannend, wie Elon Musk da seine ganzen Firmen miteinander verknüpft und eben den Nutzern seiner Dienste da auch einen Benefit bietet. Aktuell verbaut ist die Hardware, der Dienst ist aber anscheinend noch nicht aktiviert. So viel kann man zumindest aus Reddit rauslesen. Dann geht es weiter mit ARM und der Übernahme durch NVIDIA, die doch schon ein Weilchen läuft. In Grossbritannien wollte man das sich ja genauer anschauen. So wie es jetzt ausschaut, will man da in die zweite Runde gehen. NVIDIA konnte nicht wirklich überzeugen und somit will man sich das Ganze nochmals ein bisschen genauer anschauen und das könnte nochmals so circa sechs Monate gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die beiden das Ganze abblasen und oder ob sie dann doch gleich weitermachen und abwarten, wie es dann schlussendlich ausschaut. Eine tolle Neuigkeit gibt es auch für alle YouTube-Menschen da draussen, zum einen die Konsumenten, aber auch die Menschen, die YouTube-Inhalte machen. Und da liebe Dank an die ganzen Zusendungen dieses Thema, unter anderem Marc, Peter und wer war das nochmals? Ach, mein Namensgedächtnis, entschuldigt vielmals. Ich komme nicht drauf, aber vielen, vielen Dank an der Stelle. YouTube will nämlich in Zukunft die Daumen nach unten nicht mehr öffentlich anzeigen. Der Creator bekommt die noch zu sehen, aber nach aussen gibt es das nicht. Damit möchte man die ganzen Geschichten von wegen geht mal alle auf dieses Video und setzen Daumen nach unten. Also quasi, ja, halt einfach negative Bewertungen in Masse einen kleinen, wie sagt man dem, Riegel vorschieben. Finde ich nicht verkehrt, so auch Geschichten. Oder man sollte sich generell nicht über Daumen hoch und Daumen runter definieren. Das hat ja auch schon Instagram gelernt. Und ich weiss gar nicht mehr, nee, ich glaube, sie blenden es wieder ein. Kann man machen. Aber ja, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute habe. Ich hoffe, ihr habt gestern schon gut in die Woche gestartet. Und ja, wir hören uns bald wieder in der nächsten Episode von Geek Talk Daily. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.